hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen info video ich möchte euch verkünden und zwar ist ja wie wahrscheinlich die meisten berliner unter euch wissen wurde ja jeglicher betrieb von 15 meter also die 15 meter wagen also solo 15 meter wagen wurden aus berlin praktisch entfernt ich dachte mir schauen dass er nicht bei der tradition sparen ag oder so aufgenommen worden ist und ja habe dann heute mal festgestellt die hauptseite unter unser fuhrpark lissen habe ich gesehen 1708 also der letzte der ausgemustert worden ist befindet sich derzeit in deren bestand leider gibt es gerade keinen zugang drauf aber das finde ich doch schon mal eine ganz geile sache hier auch noch mal zur info aktuelle termine morgen und beziehungsweise über 2. und 3. und 9. dieses jahr zu bringen verkehr zum flug fest im tierhistorischen museum gato zwischen spandau und gato souvenir stand ein mitfahrmöglichkeit io dritte zehnte siebzehnte 24 9 leistreich ach so jetzt ja genau und kippen wir jetzt mal kurz noch mal die bilder wagen 1708 der jetzt im bestand der traditionsbus berlin ist 228 zum flughafen tegel ohne gepäck ablagen das steht sie auch noch mal in der beschreibung dann hier 1788 daher im hintergrund auch noch mit taro g wagen 40 74 leider auch schon ausgemustert ebenfalls wie dieser kollege hier noch mal genau hier haben wir noch mal ein spannender umlauf auf dem x33 also 128 auf deutsch wie gesagt oder ja genau dann haben wir hier x21 auf jeden fall auch eine beliebte strecke des für den lm02 ja dann haben wir hier noch mal wagen 1770 zwar ohne lackierung aber hier schon mit so ich glaube den komplett gelben lang weiß ich gar nicht ob sie das schon hatten aber wie man hier sieht ist auf jeden fall schon mit künstlichen mercedes stern so genau dann haben wir hier royal dutch bett was ja auch für ob sie mittlerweile schon ein wo ein painter stellt worden ist für wagen 1765 hier auf x380 auch eine beliebte einsatzstrecke für den lm02 hier haben wir noch mal einen innenraum man sieht schon das ist ein bisschen länger hier auch mit der zweiten innenanzeige und so hier sieht man auch mal schöne werbung genau und das wollte ich euch eigentlich nur mitteilen und ich denke doch ist doch eine angenehme sache ich denke mal wenn sie den ofen 218 oder so einsetzen dann wäre das so schlecht geil das video wird morgen um 12 kommen also wenn ihr seht heute um 12 das war es eigentlich mehr wollte ich jetzt dazu nicht sagen wenn ihr noch irgendwas habt irgendwelche fragen oder so dann schreibt sie gerne mal in die kommentare vielleicht kann ich solche beantworten und ich sage dann erstmal tschüss und bis zum nächsten mal